Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Weltquest steingebundene Soldaten. Sie spielt sich ab auf der verhörteren Küste an dieser Position. Ich starte von dieser Position aus, hier sieht man auch die Koordinaten, bin einfach von diesem Flugpunkt aus dahin gewittert. Eventuell könnt ihr schon fliegen, dann ist es natürlich einfacher. Hier darf ich diese Soldatinnen und Soldaten mit der rechten Maustaste anklicken, die so hell aufleuchten. Die Basilisken muss man nicht einfach nur töten, sondern die muss man looten, weil man Augen von ihnen sammelt. Das sollte man nicht vergessen, also nicht einfach durchlaufen und alles liegen lassen, sondern man braucht die Augen von denen. Wie man gerade gesehen hat, keine hundertprozentige Drop Chance. Aber hier ist der Karte, die ganzen Teile, die sind nicht einfach. Sie haben nur noch eine Hündung auf den Betriebe, die sich mal nach dem already Поделen. Die Karte kommt also an, die Karte, 빠른 Be sure. Was ist es eine Karte und die Karte kommt aus. Und da ist das, das wird eigentliche, was ich das. Das war glaube ich. Okay, das ist der Named-Mob, was man für die Weltquest benötigt. Den kann anscheinend nur jeweils Allianz oder Horde töten. Für mich würde er jetzt nicht zählen, auch wenn ich Schaden drauf mache. Aber ich habe ja noch genug anderes zu tun. Okay. Wie man sieht, spawnen die ziemlich schnell nach. Okay. 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 So, das ist der NamedMob, mache auch die Map auf, mit Koordinaten, an dieser Position befindet er sich, sollte er nicht da sein, wo er eventuell gerade getötet hat, brauche ich jetzt noch zwei Augen. So, damit ist die Weltquest erledigt, hoffe ich konnte euch helfen, ciao.